und willkommen zu einer neuen Kapitänskillung. Heute haben wir hier den britischen Standardkapitän John Jellicoe am Start und dieser ist ein Allrounder, der für alle drei Klassen geeignet ist. Daher schauen wir uns natürlich auch die Skillungen für alle drei Klassen an, für Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer. Fangen wir unten, wie es schon drin steht, mit den Schlachtschiffen an und er hat als Basisfähigkeit Überstunden erhöht die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft. Also das ist natürlich schon mal eine geile Basisfähigkeit. Takt steht unmittelbar bevor, erhöht die Geschwindigkeit der Torpedos für Schlachtschiffe natürlich ungeeignet. Denn haben wir noch kaum der Gefahr entronnen, erhöht den Verursachten und verringert den erlittenen Rammschaden, was natürlich bei Schlachtschiffen manchmal doch ganz nice ist, weil man halt vielleicht mal eine Situation hat, wo man ein Gegner auf das Schlachtschiff rammt und dann durch diesen Skill eventuell das Ramm überlebt. Das ist natürlich ganz nice, ist aber sehr, sehr situativ und wird halt auch nicht wirklich viel in Einsatz kommen. Daher muss man mal schauen, ob das nice ist. Denn hatten wir als drittes noch Loderne Flammen, erhöht die Chance Gegner mit Sprenggranaten in Brand zu setzen und das ist wirklich auch ein guter Skill für die britischen Schlachtschiffe, weil diese eine wirklich sehr starke HE haben, speziell wenn man zum Beispiel mit der Nelson oder mit dem King George unterwegs ist oder auch vielleicht mit der Vanguard. Diese haben halt relativ gute HE und eine gute Brandwahrscheinlichkeit. Natürlich schießt ihr nicht nur damit HE, sondern ihr nutzt halt auch eure AP. Das ist halt immer situationsbedingt. Wenn zum Beispiel ein Schlachtschiff zu euch anwinkelt, dann ist wahrscheinlich die HE in der Situation besser und wenn ein Schlachtschiff natürlich auch Breitseite fährt, dann nutzt ihr natürlich die AP, um dort auch eventuell ein paar Zitadellen zu machen. Aber Loderne Flammen ist auf jeden Fall ein Skill, den man hier auf den Schlachtschiffen der Briten gut nehmen kann. Ist halt so 50-50 zwischen kaum der Gefahr entronnen, was halt sehr, sehr situationsabhängig ist. Aber nice, wenn man mal die Situation mit einem Ramm hat und Loderne Flammen. Ich würde wahrscheinlich jetzt erstmal hier Loderne Flammen drin lassen, aber dieser Skill ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Dann schauen wir mal in der zweiten Reihe. Dort haben wir einmal prüfender Blick, verbessert die Tarnung des Schiffes. Auch für Schlachtschiffe natürlich ein guter Tarnwert, sehr, sehr wichtig. Aber wir schauen uns mal kurz noch die anderen zwei Skills an. Dort haben wir einmal kreuzweise, erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie, was auch geil ist. Und zu guter Letzt haben wir noch, bevor es zu spät ist, erhöht die Sichtbarkeit von Torpedos, was eigentlich auch ganz nett ist. Da ist es halt so ein bisschen abhängig, ob ihr wirklich eine gute Übersicht habt, wo ihr vielleicht wisst, dass ein Gegnerischer Zerstörer in eurer Flanke ist. Oder ein Kreuzer mit Torpedos, die in eurer Reichweite sind. Wenn ihr dort ein bisschen vorausschauend spielt, bin ich der Meinung, dass man diesen bevor es zu spät Skill nicht unbedingt benötigt. Da würde ich dann eher, wenn ihr merkt, ihr habt ein bisschen Probleme mit der Drehgeschwindigkeit der Geschütze, dann eher kreuzweise nehmen. Wenn ihr sagt, die Drehgeschwindigkeit ist eigentlich auch feine, würde ich hier auf jeden Fall auf prüfender Blick gehen. Weil auch eine gute Tarnung ist halt richtig wichtig für Schlachtschiffe, weil ihr einfach später aufgeht und nicht so schnell in Fokusfeuer kommt. Ihr habt auch die Möglichkeit, euch besser zurückzuziehen. Daher prüfender Blick auch für Schlachtschiffe richtig strong. Das ist halt auch hier so 50-50, würde ich sagen, zwischen kreuzweise und prüfender Blick. Ich würde wahrscheinlich sogar vielleicht prüfender Blick hier nehmen. Dann schauen wir uns noch die dritte Reihe an. Dort haben wir wieder vorrätig verringert die Ladezeit der Torpedorohre. Natürlich nicht wirklich gut für Schlachtschiffe geeignet. Dann haben wir noch Gesinnungswechsel verringert. Die für den Wechsel des Granatentyps erforderliche Zeit, wenn alle Hauptbatteriegeschütze vollständig geladen sind. Und dieser Skill ist eigentlich auch auf den britischen Schlachtschiffen ziemlich stark. Weil, wie ich eben schon erwähnt habe, ihr habt auf jeden Fall bei den meisten britischen Schlachtschiffen wirklich zwei gute Munitionsarten. Einmal die HE und die ARP. Das heißt, wenn ihr wirklich die falsche Munition drin habt, dann könnt ihr quasi, wenn die Hauptbatterie voll durchgeladen ist, einmal switchen. Dann müsst ihr ein bisschen warten und dann habt ihr die andere Munition. Das lohnt sich aber eigentlich auch nur, wenn ihr den Kapitän auf einer ultrahohen Stufe habt. Und aktuell bei mir zum Beispiel der John Angelico auf Stufe 7. Dort würde dieser Skill gerade mal 15% bringen. Und bei 15% sage ich euch einfach, das lohnt sich einfach überhaupt nicht. Weil das ist halt fast immer noch die komplette Ladezeit. Dann schießt man lieber seine aktuellen Kugeln raus. Weil man macht meistens immer irgendwie ein bisschen Schaden. Und ja, dann lieber so. Aber wenn der quasi auf 16 ist oder sowas bei der Kapitän, dann kann sich das auf jeden Fall schon lohnen. Und ich habe aktuell Rausch der Geschwindigkeit drin. Erhöht die maximale Geschwindigkeit des Schiffes. Weil die anderen Skills halt für mich jetzt hier gerade gar nicht in Frage gekommen. Gesinnungswechsel ist zwar auch ganz nice. Aber halt auch nur wirklich, wenn euer John Angelico wirklich auf einer sehr hohen Stufe ist. Sonst würde ich Rausch der Geschwindigkeit nehmen auf Schlachtschiffen. Das erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers und die Dauer der Nebelwand. Natürlich für Schlachtschiffe auch nicht wirklich geeignet. Dann haben wir noch Streckenrekord in XXL. Erhöht die maximale Reichweite der Hauptbatterie. Was natürlich ganz nett ist. Mehr Reichweite ist immer geil. Allerdings sind die Prozente hier relativ gering bei diesem Skill. Aber ja, für Schlachtschiffe kann man das schon mitnehmen. Warum nicht? Natürlich alternativ hätten wir noch Steuerbar. Verbessert die Schiffsteuerung und verringert die Reparaturzeit des Steuergetriebes. Dieser Skill ist eigentlich auch ganz nett für Schlachtschiffe. Da würde ich halt auch fast sagen, was euch da lieber ist. Minimal mehr Range oder ein bisschen mehr Rudderstellzeit. Ich sag mal, die Reparaturzeit des Steuergetriebes reduziert. Das bringt euch nicht so viel. Weil bei den Schlachtschiffen verliert ihr eigentlich fast nie das Steuergetriebe. Außer ihr kriegt vielleicht hinten irgendwie ein Torpedo rein. Dann kann es schon passieren, dass das Steuergetriebe raus ist. Das ist aber eine Regel, weil passiert das nicht so häufig. Und ich habe mich jetzt hier auch für Streckenrekord in XXL entschieden. Aber auch für Schlachtschiffe auf jeden Fall steuerbar. Nicht verkehrt. Dann dort haben wir einmal unaufhaltsam. Die Motorreparaturzeit wird verringert. Bei beschädigten Motor bleibt ein Teil der Bewegungsfähigkeit erhalten. Dieser Skill ist auch für Schlachtschiffe nicht wirklich geeignet. Weil ihr auch einfach ganz, ganz selten den Motor verliert. Nur wenn ihr vielleicht mal komplette Breitseite zeigt und dort richtig kassiert. Oder halt mal ein Torpedo kriegt. In der Regel lohnt sich dieser Skill aber auf Schlachtschiffen auf jeden Fall nicht. Dann haben wir Wille zum Wiederaufbau. Erhöht die Trefferpunktwiederherstellungsrate, wenn die Reparaturmannschaft aktiv ist. Das ist auf jeden Fall auch ganz nice. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal den Skill anschauen. Dann haben wir jetzt nochmal eine gute Harmonie, sag ich mal. Dort haben wir nämlich auch nochmal eine erhöhte Wirkungsdauer. Und das passt natürlich gut dazu, weil wenn wir dann quasi noch mehr wiederhergestellt bekommen. Über eine längere Wirkungsdauer hat man noch mehr, was halt geil ist. Aber wir haben auf jeden Fall noch einen richtig geilen Skill. Und zwar vollständig verpackt. Fügt eine zusätzliche Ladung für jedes ausgerüstete Verbrauchsmaterial hinzu. Und verringert die Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Diesen Skill würde ich sogar ein bisschen überwürdig zum Wiederaufbau sehen. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wenn ihr natürlich richtig hart kassiert und relativ schnell rausgeht. Dann bringt euch vollständig verpackt halt gar nichts. Aber wenn ihr die Situation relativ gut im Griff habt, ihr kriegt halt Schaden. Könnt aber vielleicht auch hier durch Prüfner Blick zum Beispiel euch nochmal wieder zurückziehen. Dann habt ihr hier auf jeden Fall mit vollständig verpackt noch weitere Aufladungen von der Reparaturmannschaft am Start. Was halt geil ist, was auch zu dem Basisskill wieder passt. Und könnt dann halt noch mehr Leben generieren. Und speziell zum Beispiel auch, wenn ihr mit der Nelson oder sowas unterwegs seid, ist das natürlich Gold wert, sage ich mal. Dort kann man halt nochmal richtig viel Leben wieder rausholen. Und das ist natürlich mega geil. Dort würde ich euch Andrew Cunningham auf jeden Fall empfehlen. Dieser erhöht die Präzision der Hubgeschütze des Schlachtschiffes. Das heißt, ihr könnt einfach genauer treffen. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Inspiration. Und den würde ich auf jeden Fall hier auch reinmachen. Als zweite Inspiration könntet ihr dann zum Beispiel auch nochmal den Charles Madden nehmen. Also wir sind hier komplett britisch hier gerade am Start. Dieser ist nämlich auch ganz nice von den Skills her. Dieser macht nochmal die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme besser. Und verringert nochmal ein bisschen die Ladezeit. Was euch natürlich auch mehr Schaden bringt sozusagen in der gleichen Zeit. Was natürlich geil ist. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch ein bisschen defensiver angeben. Zum Beispiel mit den Nobutake Kondo. Dieser verwässert nochmal die Tarnung von euren Schlachtschiff. Was halt auch mega geil ist. Gerade mit prüfendem Blick nochmal in Kombination. Um einfach euch nochmal zurückzuziehen. Wieder hochzuheilen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig nice Sache. Und dann kommen wir zur Kreuzerskillung. Dort ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Weil zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine britischen Kreuzer im Spiel. Aber diese kenne ich schon aus der PC Version. Daher kann ich schon so ein paar Sachen übernehmen. Wo ich weiß welchen Skill könnte man dort nutzen und welchen nicht. Und bevor wir jetzt die Kreuzer komplett weglassen. Versuchen wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine Kreuzerskillung soweit zu machen. Aber das kann ich euch halt auch nochmal vorher sagen. Das ist halt noch nicht hundertprozentig safe. Weil vorher muss man diese natürlich mal ausprobiert haben. Gespielt haben. Und solange es diese nicht gibt. Ja ist es halt reine Spekulation. Aber wir schauen das Ganze natürlich uns an. Basisfähigkeit ist natürlich das gleiche. In der ersten Reihe würde ich auf jeden Fall Kontakt steht unmittelbar bevor nehmen. Dort kann man nochmal die Torpedegeschwindigkeit verbessern. Was natürlich nice ist. Die Sache ist halt. Es gibt halt zum Beispiel auf der PC Version gibt es einmal die leichten Kreuzer von den Briten. Und jetzt kommen gerade noch die schweren Kreuzer raus. Das heißt ich weiß halt auch nicht welche als erstes hier Bones and Legends kommen. Die Besonderheit auf jeden Fall bei den leichten Kreuzern ist es. Dass diese mehr oder weniger eine Nebelwand haben. Und keine HE-Granaten. Und bei den schweren Kreuzern diese haben auch HE-Granaten. Und ja für die leichten Kreuzer würde ich halt sagen Kontakt steht unmittelbar bevor. Ist halt der einzige Skill den man dort nehmen kann in der ersten Reihe. Weil die anderen zwei eigentlich nichts bringen. Und Lone and the Flammen wäre halt so der Skill für die schweren britischen Kreuzer. Der die beste Wahl wäre. Und sonst von den Skillungen würde ich sagen sind sie relativ identisch. In der zweiten Reihe würde ich auf jeden Fall den prüfenden Blick nehmen. Um einfach nochmal den Tarnwert zu verbessern. Was natürlich gerade bei den britischen Kreuzern mega nice ist. In der dritten Reihe würde ich Rausch der Geschwindigkeit nehmen. Erhöht die maximale Geschwindigkeit des Schiffes. Dort gibt es auch keine wirkliche Alternative. In der vierten Reihe ist es vielleicht relativ interessant. Wie gesagt bei den leichten britischen Kreuzern. Falls die so kommen wie am PC mit einer Nebelwand. Wer natürlich Nebel über dem Wasser auf jeden Fall eine Überlegung werkt. Um einfach eure Nebelwand nochmal besser zu machen. Was natürlich geil wäre. Alternativ solltet ihr auf jeden Fall steuerbar nehmen. Dort könnt ihr einfach nochmal mit einer besseren Ruderstellzeit ein bisschen punkten. Und vielleicht nochmal davon kommen. Also steuerbar auf jeden Fall eine coole Sache. Dann kommen wir nochmal zu den legendären Skills. Dort kommt eigentlich nur ein Skill in Frage. Und zwar vollständig verpackt. Fügt eine zusätzliche Ladung für jedes ausgerüstete Verbrauchsmaterial hinzu. Und verringert die Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Speziell wenn ihr dort halt eine Nebelwand haben solltet. Und dann vielleicht noch ein Sonar. Und eventuell sogar noch eine Reparaturmannschaft auf den höheren Stufen. Ist auf jeden Fall vollständig verpackt. Ultra genial. Und hilft euch da wirklich über eine längere Zeit zu überleben. Und wieder zuzugehen. Dann kommen wir zu den Kreuzer Inspirationen. Dort auf jeden Fall der Norman Scott eine gute Wahl. Dieser erhöht die Präzision der Hauptbatterie ihres Kreuzers. Was natürlich nie verkehrt ist. Bessere Genauigkeit. Ist halt mehr oder weniger mehr Schaden. Was natürlich genial ist. Aber gerade bei den britischen Kreuzern ist auf jeden Fall auch der gute. Wo ist er denn? Gonichi Mikawa einfach eine verdammt geile Wahl. Weil dieser nochmal die Tarnung des Kreuzers verbessert. Und das ist auf jeden Fall optimal. Wenn ihr diesen auf einer hohen Stufe habt. Und dort könnt ihr wirklich einen richtig, richtig geilen Tarnwert erreichen. Was natürlich mega ist. Aber auch der Isoroku Yamamoto ist natürlich geil. Durch seinen Durchschlagskraft Multiplikator der AP Granaten des Kreuzers. Könnt ihr halt einfach mit den AP Granaten besser Ziele durchschlagen. Was natürlich mega mega geil ist. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die Zerstörer Skillung an. Dort haben wir auf jeden Fall eine erste Reihe. Kontakt steht unmittelbar bevor. Erhöht die Geschwindigkeit der Torpedos. Was natürlich verdammt geil ist. Ihr könntet eventuell auch Loderne Flammen nehmen. Aber es lohnt sich in der Regel nicht. Denn lieber die bessere Torpedogeschwindigkeit haben. In der zweiten Reihe würde ich auf jeden Fall prüfender Blick nehmen. Um eure Tarnung des Schiffes zu verbessern. Was natürlich bei Zerstörern ultra wichtig ist. In der dritten Reihe wieder vorrätig. Verringert die Ladezeit der Torpedorohre. Das ist natürlich auch nice. Würde ich hier auch auf jeden Fall bei den Zerstörern nehmen. In der vierten Reihe Nebel über dem Wasser. Erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers. Und die Dauer der Nebelwand. Was natürlich auch bei den britischen Zerstörern auf jeden Fall ziemlich nice ist. Diese haben ja viele Aufladungen von der Nebelwand. Geht aber dann ein bisschen kürzer. Und wenn man diese nochmal ein bisschen verlängert. Ist es natürlich geil. Weil man einfach zwischen den Nebelwänden weniger Zeit hat. Und sich halt relativ schnell wieder erneut zunehmen kann. Alternativ könnt ihr aber auch Steuerbahn nehmen. Was auf jeden Fall auch sehr stark ist. Verbessert die Schiffsteuerung. Und verringert die Reparaturzeit des Steuergetriebes. Beide sind auf jeden Fall gut. Ich würde hier aber wahrscheinlich mit Nebel über dem Wasser gehen. Und in der legendären Skill-Reihe habe ich unaufhaltsam. Motor Reparaturzeit wird verringert. Bei beschädigten Motor bleibt ein Teil der Bewegungsfähigkeit erhalten. Was natürlich richtig nice ist. Weil wenn ihr diesen Skill nicht drin habt. Könnte es auch schon ab und zu mal passieren. Dass ihr halt einfach den Motor rausgeschossen bekommt. Was beim Zerstörer speziell im Fight gegen andere Zerstörer doch sehr häufig passiert. Und wenn ihr dann keine Torpedos mehr ausweichen könnt. Ist das halt immer sehr sehr bitter und ärgerlich. Daher finde ich unaufhaltsam auf jeden Fall ziemlich nice. Wenn ihr ein bisschen riskanter unterwegs sein wollt. Was natürlich auch in Situationen halt gut entklappen kann. Ist auf jeden Fall vollständig verpackt. Auch bei den Zerstörern mega nice. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier die Lightning als Beispiel nehmen. Dort würden wir nämlich auch noch weitere Aufladungen von den Nebelwand. Und dann halt auch noch vom Sonar dazu bekommen. Was natürlich verdammt geil ist. Also ja es ist schwer zu sagen. Also unaufhaltsam ist auf jeden Fall die safere Variante. Die sichere Variante. Und wenn man ein bisschen Risiko will. Und mal mit leben kann. Dass man halt einmal oder zweimal mal zerstört will. Weil man halt einfach nicht mehr den Motor benutzen kann. Weil er halt kaputt geschossen wurde. Dann kann man auf jeden Fall auch vollständig verpackt nehmen. Ist halt so ein bisschen eine Risikosache. Beide Skills sind in manchen Situationen einfach Gold wert. Aber ja. Ist auf jeden Fall so 50-50 Skill würde ich sagen. Beides kann sehr sehr gut funktionieren. Und dann schauen wir uns natürlich noch die Inspirationen an. Dort kann ich euch auf jeden Fall den Erich Bay empfehlen. Verbessert die Tarnung des Zerstörers. Was natürlich beim Zerstörer wirklich das A und O ist. Eine gute Tarnung zu haben. Und das ist natürlich richtig brutal. Dort würde ich dann auf jeden Fall Erich Bay nutzen. Und falls ihr sogar habt noch den polnischen Kapitän. Dieser war ja bei der Bliska Vika dabei. Den Jersky Swirsky. Dieser verbessert auch nochmal die Tarnung des Schiffes. Das heißt wenn ihr diese beiden Kapitäne und mit prüfender Blick als Skill quasi spielt. Dann habt ihr einfach so einen verdammt geilen Tarnwert. Und habt da wirklich richtig Spaß. Und ihr könnt halt teilweise auch die gegnerischen Zerstörer outspotten. Und dann hoffen oder wenn ihr natürlich in der Division spielt eure Kreuzermitglieder oder Mitspieler dazu animieren. Einfach auf die Gegner zu schießen. Ihr seid noch zu und der Gegner schon Zerstörer kann halt nicht mehr zugehen. Weil ihr ihn halt dauer spottet. Das ist halt einfach mega geil. Aber wenn ihr zum Beispiel den Jersky Swirsky nicht habt. Könnt ihr auf jeden Fall auch den amerikanischen Kapitän nehmen. Und zwar den William Sims. Dieser gibt euch nochmal Trefferpunkte pro Schiffstufe. Was natürlich verdammt geil ist. Wenn ihr diesen glaube ich auf Maximalstufe habt. Kriegt ihr sogar 400 Trefferpunkte pro Schiffstufe dazu. Das heißt wenn ihr einen Fünfer spielt. Bei 400 werden das allein schon 2000 Leben mehr. Und ich sag mal 2000 Leben auf Stufe 5 mehr. Das ist halt schon verdammt viel. Wenn man das prozentual ausrechnet. Wie viel Gesamtleben man dazu bekommt. Ist der William Sims auf jeden Fall auch mega nice. Aber ihr könnt zum Beispiel auch hier den Alec Burke nehmen. Dieser ist auch ganz nice. Welcher die Präzision der Hauptbatterie zum Beispiel verbessert. Dort gibt es auf jeden Fall richtig geile Alternativen. Das war die Kapitän-Skillung in allen drei Varianten von John Jellico. Ich hoffe ich konnte euch soweit weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt auch dort gerne mal eure Skillung durch. Würde mich natürlich auch interessieren. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut auch in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account. Mein Twitch-Kanal, mein Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Leute. Haut rein. Ciao, ciao.